Mein einsamer Tag ging dem Ende entgegen und ich wanderte widerstrebend nach Hause zurück. Die Dunkelheit war hereingebrochen und als ich vom Treidelpfad ins Haus trat, brannten Kerzen still und aufrecht in der warmen Luft des Schankraums, wo die Abenteuer meines Vaters sich vor einem Publikum aus Gästen ein weiteres Mal ihrem Höhepunkt näherten. Ich entschlüpfte nach oben in mein Schlafzimmer, um ihm nicht durch die letzten Windungen seiner Erzählung folgen zu müssen. Im nächsten Augenblick betrat ich mein eigenes Reich unterm Dach. Es war das unbehaglichste Zimmer im ganzen Haus, eigentlich kaum ein Zimmer, aber mir unendlich kostbar. Hier legte ich mich in meinem Krähen-Nest, das ich korrekterweise als mein Bett bezeichnen muss, zur Ruhe. Und hier wandte ich auch mein Gesicht zum Fenster. Das Mondlicht nivellierte die Marschen ringsumher zu einer graugrünen, pulvrigen Gestalt. Der Fluss erschien wie eine reichere Spielart des Nichts. Ein gigantischer Barren reinen Silbers, nur dass er sich hin und wieder kräuselte, wenn ein Baumstamm lautlos vorbeitrieb oder sich ein Strudel bildete und wieder verschwand. Ich lag so lange da und schaute zu, bis mich ein Gefühl der Verzauberung überkam, weshalb ich nicht genau sagen kann, wann das Boot mit der darin sitzenden Person erschien. In einem Moment war die Wasseroberfläche noch leer, im nächsten zeigte sich bereits ein sichelförmiger Bootsrumpf, in dessen Mitte aufrecht eine Gestalt saß und Ruder in beiden Händen den Kahn gegen die Strömung hielt. Sie schien schlank und jugendlich zu sein. Ihr Kopf war von einem Schal verhüllt und das Gesicht unsichtbar. So spät in der Nacht war das ein ungewöhnlicher Anblick. Noch bemerkenswerter war die Art und Weise, mit der die Gestalt mich direkt anzustarren schien, obwohl sie mich durch das lichtlose Fenster wahrscheinlich gar nicht sehen konnte. Ich stützte mich auf die Ellbogen und während ich das tat, ließ die Gestalt des Ruder in ihrer rechten Hand los, gab dem Boot eine kleine Drehung, hob die Hand zu einem stummen Gruß und winkte mir dann, näher zu kommen. Meine Verblüffung von dem schattenhaften Besucher zu einem Treffen aufgefordert zu werden, war so groß, dass ich dem Ansinnen nicht nachkam, sondern bewegungslos auf meinem Bett liegen blieb. Nach einigen Minuten, während derer die Welt stillzustehen schien, wurde mir die Sache unbehaglich und ich richtete mich auf. Sogleich senkten sich die langen Ruder, das Boot wendete und seine Silhouette verschwand, während Mondlicht über die Wasseroberfläche zitterte. Was hatte ich gesehen? Einen dummen Jungenstreich? Etwas, das nicht mir galt, sondern einem Gast unten im Schrankraum? Oder gab es eine weniger angenehme Erklärung, dass ich nämlich einen Geist oder eine Erscheinung gesehen hatte? Im hellen Tageslicht, so meine Hoffnung, würde sich mir alles erschließen. Am Morgen nach dem nächtlichen Besuch erwachte ich plötzlich, weil ich meinte, von jemandem gerufen worden zu sein. Möglicherweise war es tatsächlich so, denn als ich erneut aus meinem Fenster spähte, war das Boot zurückgekehrt. Es lag in der Strömung, als sei es nie weg gewesen. Eben war die Sonne aufgegangen, und so konnte ich mehr Einzelheiten ausmachen als in der vergangenen Nacht. Das Boot war eine Jolle, der Holzrumpf gut gepflegt und poliert, und am Bug stand in fließenden Buchstaben ein Name. Spyglass.